malzeit zusammen und wir kommen zurück auf der haupt fach auch zurück nein zurückfahren vergessen den sense zu stehen so er willkommt auch auf den nottäter den schlechten start so jetzt noch mal und senken an machen jetzt passt das aber ich habe mit ich müsste mal hier noch mal kurz in den shop guckt sieht das schon ein bisschen anders aus wir sind im april ich habe schon angefangen hier das feld das war noch übrig da habe ich jetzt angefangen einmal raps drauf zu pflanzen zu säen und wir werden gleich noch wenn ich das fertig habe uns auf das neue feld auf feld 9 begeben und da gibt es dann jetzt habe ich für die spur falsch ich würde auf acht nummer bei post rein zu gehen oh nein mal an aus so hier noch einmal zurückspringen sonst packen wir das gleich wenn denn auf den neuen feld beim ländern so ein buch gleich anbauen so einmal sinken und schalten und attacke ist das haben wir hier auch keine spurdonner schön der deutsch steht schon bereit werden wir den gleich holen wenn wir hier fertig sind wenn wir gleich nochmal autodrive mit einbauen zu dem feld da haben wir ja schon alles dann können wir zum hof den weg zurück schicken das könnte müsste er eigentlich ohne probleme alleine schaffen gucken wir doch mal so was hätten wir das kleine stück da müsste jetzt glaube ich eine spur nochmal kommen so oder so hier haben wir jetzt nochmal eine spur so hier haben wir jetzt nochmal eine spur hier sieht natürlich bei den kleinen maschinen immer so lustig aus ja fast am rand oh raum voraus jetzt müssen wir mal kurz in die außenkamera schalten weil jetzt gehe ich das glaube ich nicht so schön hin jetzt gehe ich das glaube ich nicht so schön hin jetzt gehe ich das glaube ich nicht so schön hin muss ich denn meine spur da nicht so wirklich kaputt machen so hier und auf der eigentlich halbwegs funktioniert haben so bisschen zurück ja es haut hin so letzte spur dann haben wir den raps auch fertig dann haben wir noch zwei felder die wir vorbereiten müssen so da war glaube ich nix mit einklappen oder da war nix mit einklappen so gps können wir ausmachen und einmal bitte zum schweinenhof das kriegst du hin oder ja der kollege steht ja noch hier dann werden wir den mal losschicken da steht sie die kleine wir zum einsatz mal hoch damit gps ist nicht an ich weiß stehen wir schnell mal um ja so das baue ich ja gleich haben wir noch ja wir haben noch genug drinnen so dann machen wir mal unser ding sein unser das das hier wollen wir haben und zwar von hier wenn wir eine einspurige sondern gleich auf beiden gehen wo wo viel verkehr habe ich ja nie das schätzt so machen wir das dann mal aus dann müssen wir noch mal kurz zurück das ist ganz schön laut ja so jetzt mal kurz mal ein bisschen nein also wo sind die letzte punkte unter der erde landet wie war es denn jetzt noch mal wo ist denn so hier rein muss weit von dem ausgehen hier denn ein stich fälsch wo lang von dem zu dem ich schick aber reicht er weiß auf jeden fall was er machen soll da rein damit jetzt habe ich hier die fälschten tasten gedrückt so ich brauche hier ein maßband und ich gucke wie viel meter ich gefahren bin da rauf mal ausfahren einmal gps bedanken 50 da 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 müsste jetzt eigentlich null sein oder ja 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 noch ein stück sieht gut aus passt so das haben wir jetzt an einmal senken einmal anschmeißen der attacker so jetzt können wir hier ausschalten die striche die brauchen wir nicht nein wichtigste habe ich vergessen so sonnenblumen waren es ja auch kein neues Feld das wäre ja sehr schön so jetzt hat er wieder umgeschaltet das machen wir gps an sei eigentlich jetzt so hier her warum hat er jetzt doch irgendwie die Spuren nicht lassen darf er los zeig mal da hat er ein litzer Weil du da ein Stück Karotten hast. Mit den Karotten, ja. Mein Mann, mein Mann, mein Mann, mein Eimer mit Profis. Funktioniert nicht. Warum habe ich ihn schon wieder? Ein bisschen schneller können wir, ne? Ich denke mal, hier muss es eigentlich auch... Guck mal da hinten? Ich weiß nicht. Ich glaube hier mache ich mal Vorgewänder. Das bedeutet natürlich, dass wir... Ähm, die können wir nicht auf GPS lassen, dann müssen wir es hier lassen. Ne, auf Manuel. Und... Ich habe es vergessen, das weiß ich nicht. Das ist zu weit. So, wir müssen jetzt... So wird ein Schuh draus. Nein, die zweite Bahn, die müssten wir natürlich dann mit... Mit Schwung mit einem mal durchgehen. Damit wir dann wirklich auch die Dings bekommen. Die komplette... Großen Bahn. Das wird man ja eigentlich hinbekommen. Wenn nicht, wenn wir ein bisschen drüber fahren, ist ja nicht schlimm. Wird das jetzt vergessen, aber wir schon testen kommen, wie das war. Und wechseln. Ich weiß, das ist aber alt und dann... Auch eine Taste kam noch dazu. Das ist ja schon wieder Ende, Mensch. Schon wieder soft. So, mit der Zeit gespielt hier. Total verpennt. So, die machen wir jetzt mal so. Ohne GPS. Jetzt müssen wir hier gleich um die Kurve und den können wir wieder GPS anmachen. So, gleich eine Spur gefunden. Sehr schön. Wo läuft das? Ich denke mal, ich werde das Feld dann auch fertig machen. Aber wir machen noch eine Folge hier. Und dann wechseln wir in den Mai. Schauen wir mal, ob das Wetter passt. Jetzt die Temperaturen stimmen. Jetzt haben wir 8 Grad. Schon für die Sonnenblumen brauchen wir jetzt 7 Grad. Und für die Sojabohnen, die wir noch mal haben, brauchen wir die 10 Grad Bodentemperatur. So. Und das dauert natürlich noch ein bisschen mehr. So. Ähm. So. War jetzt hier noch das kleine Stück. Ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön. Bis rein schalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal reingehen und abgeklatscht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.